Die Munition ist heute angekommen und jetzt geht es zum Skistand. Zum Testen wird dabei heute die 500-Litro-Express und die 2-2-2-2-remenden Magnum. Bevor wir diese Munition, bleifreie Munition, auch wild einsetzen, müssen wir natürlich auch im Skistand testen, auch Funktionssicherheit und Präzision und das machen wir heute. Unter Präzision bin ich schon mal sehr positiv überrascht, weil es ist nicht alltäglich, dass man mit einer Doppelbüchse, die normalerweise für spezielle Munition reguliert ist, gleich solche Ergebnisse erzielt. Das gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu. Angenehmer Nebeneffekt, dieser bleifreien Geschosse, das sind ca. 140 Grain leichter und damit wesentlich angenehmer vom Rückstoß. Also zur Übung verwenden wir jetzt hier eine Crico Jagdmatch im Kaliber 2,22 Remington. Ganz deutlich zu sehen hier, die ersten paar Schuss waren sehr hohe Konzentration, zeigt sich dann auch am Ergebnis wieder und der letzte Schuss war ich einfach schon mental nicht mehr bei der Sache. Gehört mit dazu. Jetzt geht es um den Präzisionstest mit der 2,22 Remington Matchbox. Okay, der erste Präzisionstest kann sich sehen lassen. Es ist auf alle Fälle geeignet, dass wir diese Munition auch auf der Jagd dann testen. Okay, erster Test am Schießstand, positiv beeindruckt. Wir haben gute Präzision, angenehm vom Rückstoß, weil diese bleifreien Geschosse auch wesentlich leichter sind wie die normalen Jagdgeschosse. Und demnächst werden wir diese Munition dann auch in Afrika testen. Bleibt man sein. Ich bin ein, was 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 ich